Musik Wir sind ein eingetragener Verein. Wir alle haben Fahrzeuge oder tragen etwas zum Museum bei. Insofern haben wir alle Spaß im Museum und hoffen, dass die Besucher auch Freude haben. Musik Wir haben ja einiges zu bieten. Wir haben das schnellste Landfahrzeug der Welt, spektakuläre Formel-1-Autos und natürlich unsere Flugzeuge, wie zum Beispiel die Concorde und die Tupolev. So etwas hat niemand in der ganzen Welt und die Leute haben da auch Freude, das zu sehen. Musik Musik Das Auto- und Technikmuseum ist ein Tummelplatz für Jung und Alt. Kinder haben bei uns viel Spaß hier zum Beispiel in der Riesenrutschbahn, in dem großen Spielplatz auf dem Freigelände, aber auch in zahlreichen Exponaten, Lokomotiven, Flugzeugen, die man teilweise auch begehen kann. Aber auch größere Kinder haben bei uns jede Menge Spaß. Wechselnde Sonderausstellungen wie Vespa, NSU Quickly oder Kreidler werden bei uns ständig gezeigt. Wer solche Exponate lieber in Aktion sehen möchte, dem seien unsere zahlreichen Museumsveranstaltungen auf dem Freigelände empfohlen, wie zum Beispiel das große Motorradwochenende, immer im Oktober. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Beim Besuch des Auto- und Technikmuseum Sinsheim ist der Besuch des IMAX 3D Filmtheater. Wir zeigen hier auf 22 x 27 Meter Leinwand 3D-Filme der absoluten Spitzenqualität. Einzigartig in Deutschland setzen wir hier auf die IMAX 3D-Technologie aus Kanada. Das ist nicht vergleichbar mit normalen Kinos. Wir zeigen hier stündlich wechselnde naturwissenschaftliche Filme. Und der Besuch des IMAX 3D Filmtheaters ist im Kombi-Ticketpreis des Museums enthalten. Musik Es ist so, dass ich mir so manchen Sammlertraum erfüllen konnte, ohne den Gegenstand zu besitzen. Weil ich dann einfach die Besitzer angefragt habe und habe gesagt, gib uns doch dein Auto, wir stellen es aus. Und es gibt einige Dinge, die sind für Geld nicht zu kriegen, aber die kriege ich dann als Leihgabe. Musik Aber auch die ganz Großen kommen bei uns auf ihre Kosten. Die große Veranstaltungshalle Terminal, das IMAX 3D-Filmtheater mit seinen 350 Sitzplätzen, wie auch die Tagungsräume im Hotel Sinsheim, bieten ideale Voraussetzungen für Firmenfeierlichkeiten und Firmen-Events. Musik Herzlich Willkommen im Hotel Sinsheim, direkt neben dem Auto- und Technikmuseum und der Rhein-Neckar-Arena. Musik Wir bieten Ihnen in 110 Doppelzimmern mit allem Komfort eines Vier-Sterne-Hotels die Möglichkeit zu einem erholsamen und erlebnisreichen Aufenthalt. Musik Weitere Videos, Bildgalerien sowie unsere neuesten Nachrichten finden Sie auf unserer Internetseite www.technik-museum.de Musik 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 Musik